Klaus, ich halte jetzt schon eine halbe Stunde in der Hand. Seid doch mal leise, seid doch mal leise. Klaus möchte man sagen. Mein Oster, das ist selker. Hast du denn hier gegen Antworten gesagt? Das hat er jetzt. Das hat er, das hat er. Ich fall wirklich gleich um, weil ich hab ne absolute Phobie vor Spinnen. Aber die ist gut. Wollt's mal in meinen Keller? Da sind immer mehr davon. Nee, ich komm mehr noch mal. Mach mal schon da los. Na, die systematischen Türen auch gespielen. Ja, jetzt hab ich keine. Ich hatte normalerweise auch ein bisschen Angst. Ich weiß nicht wieg. Ja, ich hab noch nie. Ich hab noch nie gewusst. Salut! Oh! das ist das ist das ist Das ist so süß! We are here!